Herzlich willkommen! In diesem Video zeige ich euch, wie man bei Agentcube ein neues Projekt erstellt, dieses benennt, die Sprache einstellt und einen ersten Agenten einfügt. Als erstes müsst ihr auf die Seite agentcubesonline.com, dann könnt ihr oben rechts ein neues Projekt erstellen. Beachtet dabei, dass ihr bereits eingeloggt seid. Ich klicke auf Neues Projekt und benenne es für dieses hier Bubble Sort. Beachtet, dass euer Projektname weder Leerzeichen noch Umlaute haben darf. Create Project erstellt mir in Agentcube ein neues Projekt. Das dauert eine Weile und es ist wichtig, dass euer Browser WebGL unterstützt. Jetzt kann ich hier bei der Weltkarte hier auf Deutsch einstellen und unter Konfiguration wechsle ich zu dem User Interface Black & White. Dann sind nämlich die Befehle viel besser zu lesen. Nun erstelle ich einen ersten Agenten und zwar für mein Bubble Sort nehme ich ein Bubble, eine Söhre oder eine Kugel. Und jetzt, für was wir machen wollen, ist es wichtig, dass die Kugel mal die Farbe blau hat. Oder nein, eigentlich einfach eine Farbe hat. Ich nenne meinen Agenten Bubble und speichere diesen. Bis jetzt ist alles geschafft. Wir sind bereit, um den Bubble zu programmieren. Da enjacciónpläne adviser an Foote Daten. Vielen Dank.